Da touchiert der Ball noch den Pfosten und dann geht er ins Tor. Knapper geht's kaum, aber unterstellen wir ihm mal, dass er das genauso wollte. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich sein.